Musik 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 Ok Wenn du meinst So, hier soll man so hin. Ah ja. Natürlich. Ich hab doch gerade... Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Nicht nur die. Nicht nur die. Ah, ja. Oder auch nicht. Doch, hier. Ah, cool. Nehmen wir doch auch gleich mit. Hm. Schade so. Ja. Vielleicht. Dann gucken wir uns das doch mal an. Hm. 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 Ja. Ja. Stimmt, die sind leer. Hm. Hm. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und was haben wir hier? Das ist so eine, wie wir haben. Hm. 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 So, for this flower to get you... Hm. So, for this flower to get you... Hm. Ja. Okay. 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 The device is almost ready. We await your command. What are the chances of succeeding? Theoretically speaking... Forget it. Even a 1% chance is enough. For too long have we dwelt in the Abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible than continue to exist as they are. They cannot be made to continue paying the price. The order is most fortunate to be greased with your decision. Hm. He had sie abgelegt. Hm. You saw something, didn't you? Can you tell me what it was? Yeah. You're so in doubt for Christmas. Quite a while there. Tja. Dann sagen wir das mal, ne? Hm. Well. People do say that twins have a special connection. It sounds as if they are attempting to make use of certain equipment to cleanse the curse. It could well be the device we saw earlier. And you say he mentioned the revival of the homeland, correct? No surprise there. Stubborn as ever. It appears as if the Abyss Order plans to use this location to cleanse the Helichurls of their curse and restore them to the way they once were. Yeah. After all, there can be no nation without a people. Hm. It is the height of foolishness. They have no chance of success. Not even a 1% chance. I told you already that no one knows this curse better than I, having lived with it for 500 years. There is no redemption. Trying to remove it by force will achieve nothing but to inflict further suffering. So make sure you are clear in your mind. You have to tell yourself, they are no longer human. If you cling to false hope and allow yourself to become too emotionally invested, the only way is down. You will save your strength for something worth saving. Oh? But of course. I am merely someone you hired for it. It is only natural for you to side with him. But whatever decision you make cannot deter me from mine. My chosen path is to stop the Abyss. If we have reached an impasse, then perhaps this is where we should stay. I see. It seems that the three questions I put to you on our first meeting were worthwhile. You have developed your own individual views on this world. Mm-hmm. Very well. Since you have volunteered your true thoughts on this matter, I shall not hide mine from you. Right now, I have a more immediate agenda than stopping the Abyss. That is to say, the Abyss's actions here directly dishonor the final wishes of Halfdan and my other compatriots. I cannot... The Abyss may appear at any moment. Okay. Naja, aber ich kann ja pausieren. Nö, machen wir beim nächsten mal weiter. Oh. Aber Dings können wir noch mitnehmen. Wenn wir schon mal was haben. Hm? Ich hab doch beide. Ist da noch was? Ach, da ist noch was. Na dann. Warte mal. Erst mal gucken, was wir überhaupt brauchen. Was sinnvoll ist. Okay. Nö. Hm. Warum nicht? Gut, aber dann pausier ich erst mal. So, dann wollen wir mal. Ah, okay. Ja, machen wir eh nicht. Nö, es sei denn, es gibt's mal als Event zum Dingsen vom Sobekommen, aber ansonsten eher weniger. Okay. Wie viel haben wir? Oh, okay. Ähm. Cool. Äh, ja, ich würde sagen, ich zieh mal hier. Hm? Ich erwarte nichts und erhoffe viel. Mhm. Ich sag doch, ich erwarte nichts. Oh, okay. Naja, at least. Trotzdem nicht, Jula. Ja. Ah ja. Sehen wir gleich. Äh, wo hab ich den denn? Ne, war doch hier irgendwo. Irgendwo. Oder hatte ich den noch nicht? Doch, hier. Gucken wir uns das mal an. Okay. Wieder was Neues? Ja, ja. Wissen wir. Kennen wir doch schon. Hatten wir das nicht schon? Hm. Wie lange geht das? Ah, ja, okay. Können wir auch nochmal mitnehmen. Hier, komm. Wenn wir schon mal da sind. Nö. Okay. Dann können wir ja gleich mal sehen, was wir verpasst haben. Okay. 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 Warnig. You're open. You're open. Dodge this. By royal decree. Thank for mercy. You're open. You're open. Blood of Frost. You're open. Das war's für mich. Ups. Ah, nee, das gibt's doch nicht. Ja, danke. Danke fürs Runterfallen. Wir werden hier doch wohl noch ein bisschen länger drum rumhängen. Ja. Ja, danke. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Als du möchtest, Mane Foylein. Flood of Frost. Ich kann es nicht. Crush. Leave the wounded to me. Oh. Gut. Na ja. Ach, da war ja was. Gehen wir mal durch. Solange er lädt. Mhm. Ah ja, warte. Das können wir auch gleich mitnehmen. Na, das wird ja lustig. Gehen wir mal durch. Ja. 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 Ah ja. Oh, okay, eine neue. Into the sun. Hmm. Teamwork is dreamwork! Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Das ging mal ein bisschen schneller. Na komm. Du darfst ruhig schneller laden. Aber was sind die anderen eigentlich nicht? Ah doch. Okay. Ich dachte gerade, aber gut. Ja. Dann machen wir mal weiter. Den Haaren her sogar. Ja. Nö. Na komm. Ja, ist sehr gut. Okay. sehr viele na komm ich bin groß noch da die ganze zeit Okay. Geht doch. Meine Güte. So will ich das doch sehen. Na, machst du? Oder? Danke. Eieieiei. Na, komm. Okay. Können wir das auch mitnehmen? Razor ist heute mehrfach vorhanden, aber Mika war ja auch mehrfach vorhanden. Das ist in Ordnung. Mit dem komme ich ja ganz gut klar. Ja. Dann machen wir mal. Ja, eigentlich... Wir haben die ganze Zeit dieselbe, äh, ähm, Kombi, ja? Ich glaube auch, dass wir anfangen, aber, äh... Weird. Ah, okay, warte. Nein! Du warte gerade Mika drüben. Äh, äh... Er hat mal wieder nicht reagiert. Ich hab eigentlich... ...teilschaftsgebrüttelt, aber er hat wieder nicht reagiert. Darf ich jetzt aber mal? Danke. Game. You're open. Ja. Leave the wounded to me. As you wish, main foilein. Look at you. Geht doch. Meine Güte, warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Na komm, lad. Ein bisschen schneller. Bitte. Please. So. Und dann haben wir noch einen. Nö. Dann haben wir erstmal wieder alles abgestaubt. Was man mitnehmen kann. Okay. Ja, das ist sehr gut. Ich weiß es ja auch. Ja, cool. Und die kennen wir auch. Und die kennen wir auch. Okay. Okay. Ist das denn auch mal probieren vielleicht, ne? Also. Pushen. Ich meine, den haben wir ja sogar. Na, Marco. Sobald wir die anderen Mains haben. Sobald wir die anderen Mains haben. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Das ging wesentlich schneller. Das ging wesentlich schneller. Na komm. Na, geh doch. Schön. Na, geh durch. Okay. Ist es das, was wir mit Dings machen, oder ist es das andere? Das ist das, ne? Das ist das, ne? Aber wir machen ja eigentlich gerade hier oben, ähm, das hier, ne? Hm? Warum kann ich das auf einmal nicht mehr machen? Okay. Sehr weird. Da wäre ich mich auf den Story-Act doch gefreut. Ja. Okay, es geht doch weiter. Ich hab irgendwie... Ich sehe, dass dein incessant meddeln weitergeht. Und dass du wieder mit unseren Königern mit unseren Königern mit unseren Königern. Ich habe nicht in Zeit, um zu kontrollieren, aus der Netzwerk. Und es hat dir hier, von allen Dingen, lief. Das war eine Katastrophische Errein. Ich bin froh, dass du mich wirst. Was ich will? Das ist das Ding. Das ist das die Hühle-Das Werte. Die Königern und die Menschen verletzten. Du bist der Einzelne, die sie verletzten. Du hast was anderes, der Liege der Hühle-Instrategien. Nüge dafür. Ich sage, was du möchtest. Dann wirst du dein Leben geben, nur um das Inevitable zu verhindern. Wie absurd. Aber als du möchtest, dann... Du glaubst wirklich, du kannst das Gerät unter dem Pool benutzen, um das Gerät zu verhindern? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Das Gerät kann das Gerät zu verhindern. Das Gerät kann das Gerät zu verhindern. Das Gerät kann das Gerät zu verhindern. Dann habe ich dich überestimiert. Dieser Plan ist noch schlimmer als ich dachte. Ach komm! Geh doch mal rüber! Mein! Wie ist das denn so schwierig? Mal die Figur zu wechseln. Ja! 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 Okay. Ja! 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 Mhm. Ja, zu sharks nicht! н... Quell của S focusing um nó tatsächlich nuamusbudget strengthened. Oh, guck mal, hier. Da haben wir auch noch was. Ja, ein sehr schöner Aussichtspunkt, muss ich mal sagen. Es wird schon mir angezeigt. Wo ich hin muss. Wo ist denn so?